Halli, hallo, hallö, meine lieben Freunde und herzlich willkommen hier auf OnkelTV. Ja, ich, wie ihr am Titel unschwer erkennen könnt, ein kleines Infovideo. Ich versuche auch, so kurz wie möglich mich zu halten, dass das wirklich bloß ein kurzes Infovideo sein wird. Und wie ihr auch am Titel unschwer erkennen könnt, mir hat man hier das Livestream gesperrt. Und das für ganze drei Monate. Und ganz ehrlich, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Also ich habe die ganze Zeit überlegt, wartest du jetzt die 90 Tage ab und machst Videos einfach, ganz normale Let's Plays. Also ich hätte dann überlegt, dass White Day und sowas, dass ich das vielleicht in Let's Play Form erst mal weitermache, dass ich erst mal die Zeit überbrücke, dass wenigstens Content kommt. Aber ich habe mir gedacht, das ist, nee, nee. Ich habe meinen Kanal so umgestellt aufs Livestream. Wir machen dieses Livestream Spaß, wir machen diese Nähe zur Community Spaß, wir machen Spaß mit euch zu quatschen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ja, die ganze Zeit habe ich drumherum geredet immer mit denen. Und jetzt werde ich es mal durchziehen. Und zwar werde ich zu Twitch wechseln. Wechseln, in Anführungszeichen. Natürlich mache ich jetzt schon sechs Jahre, bin jetzt im sechsten Jahr bei YouTube. Und es ist natürlich mein Baby, der Kanal. Und es ist mir natürlich ans Herz gewachsen. Und egal, ob ich damit was gerissen habe oder nicht. Es ist einfach, es stecken da viel Zeit und viel Schweiß drin. Viel Aufs und Abs sozusagen. Und ja, deswegen so richtig übers Herz bringen kann ich es nicht. Aber wer mich sicherlich kennt, oder wer mich kennt, wird wissen, dass bei mir der Spaß zählt. Ich will Spaß haben. Und wenn der Spaß mir nun mal vielleicht auf Twitch sogar mehr gegeben ist, weil ich habe gehört, dass dort die Zuschauer aktiver sind noch als auf YouTube. Weil ich hatte ja manchmal, dass 10, 15, 20 Leute zugeguckt haben und zwei nur mit mir geschrieben. Vielen Dank dafür natürlich an Nagitu und an Rivano und an Eric, Southgaming und an, ach wer alles noch geschrieben hat, immer Aaron. Ach, da gibt es so viele, die ich jetzt vergessen habe. Und das hat mir halt richtig Spaß gemacht. Und ihr habt natürlich gemerkt, dass dann mein Elan auch viel höher war, wenn die Leute sich mit mir unterhalten haben. Und deswegen finde ich vielleicht Twitch gar nicht mal so schlecht. Und wir schauen dann mal, wie es dort läuft. Was ich noch sagen wollte, ist, dass ich einen Strich mache, sozusagen. Also diese LPs, die ich jetzt hier, diese Live-LPs, die ich auf YouTube angefangen habe, werde ich dort nicht zu Ende bringen. Also wir werden Sea of Thieves dort natürlich zocken. Wir werden neue Spiele auch zocken. Aber ich werde die Let's Plays, die ich auf YouTube angefangen habe, dort auch noch zu Ende bringen. Das heißt, wenn die Tage rum sind, werde ich noch versuchen, dass ich irgendwie White Day und das ganze Zeug noch zu Ende bringen. Und dann werden wir mal schauen, wie es weiterläuft. Die Zukunft ist da jetzt halt ziemlich offen. Wenn es natürlich die Community da wirklich, ne, und es macht dort vielleicht viel mehr Spaß bei Twitch oder sonst irgendwas. Weil mir geht es um Spaß, mir geht es nicht um das und dies, um Klicks und bla. Ja, bei mir ist es wirklich, wenn zwei Zuschauer da sind, die aktiv sind, macht es mir halt mehr Spaß, als wenn 20 nur zuschauen, wenn man es mal so nimmt. Klar, bin ich auch denen dankbar, natürlich. Aber es ist halt die Freude halt höher. Und deswegen schauen wir mal, wo es halt mehr Spaß macht. Und vielleicht wechsle ich dann komplett zu Twitch, man weiß es nicht. Vielleicht werde ich beide Kanäle irgendwie betreiben. Und dass ich vielleicht verschiedene Projekte auf beiden Kanälen bringe. Aber das ist alles noch Zukunftsgeplänkel. Ich werde erst mal schauen, wie es läuft. Jetzt müssen wir erst mal die 90 Tage überbrücken, bis mein Livestream hier wieder freigeschalten ist. Und das ist erst mal meine Intention. Ich will weiter streamen. Ich habe Bock drauf, weiter zu streamen. Ich habe Bock drauf, wieder mit Nagito mich zu unterhalten. Ich habe Bock drauf, wieder mit Eric mich zu unterhalten. Mit den ganzen anderen mich zu unterhalten. Und ich hoffe natürlich, dass ihr mir treu bleibt und dann auf Twitch natürlich auch folgt. Den Twitch-Kanal findet ihr unten, den Link in der Videobeschreibung. Dort einfach mal draufklicken. Dort followen, wenn ihr Bock habt natürlich. Auch dort kostet ein, für die, die es nicht wissen, auch dort kostet ein Follow nichts. Man kann es auch abonnieren, kostenpflichtig. Aber ein Follow kostet dort nichts. Und ja, ich werde jetzt erst mal bis zum Wochenende den Kanal eben fertig machen. Weil der ist jetzt noch auf Coop Deluxe getrimmt. Ich werde den fertig machen zu OnkelTV. Dass erst mal die Grundeinstellung stimmt, dass ich endlich wieder anfangen kann zu streamen. Und der Rest kommt dann nach und nach. So war dieses ganze, auf Twitch ist ja dieser Alert zu dem ganzen Mist. Ich werde schauen, dass ich nach und nach das so bearbeite. Vielleicht lasse ich es auch so mit den ganzen Sachen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht, wie gesagt, das ist alles Zukunftsgeblänkel. Wir schauen mal. Ich will jetzt auf jeden Fall weiter streamen. Und ich hoffe, ihr freut euch, wie ich, dass wir uns vielleicht am Wochenende jetzt dann wiedersehen. Aber ja, auf jeden Fall. Ja, und hier, Nostalgie-Faktor. Guck mal, die nächste Wendung im Blatt hier. So sind wir damals unterwegs gewesen. Gamers Check LP OnkelTV. Jetzt kommt hier die nächste Wendung auf Twitch. Ja, wir schauen mal. Wie sich das alles entwickelt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und da sehen wir uns dann spätestens Samstag. Also Freitag, spätestens Samstag zu einem schönen Stream. Ich werde mal gucken, was ich so, vielleicht kann ich ja den Crazy sogar überreden, dass wir vielleicht mit Sea of Thieves wieder weitermachen können. Und da hätte ich richtig Bock drauf. Vielleicht fangen wir auch ein neues Projekt an, was wir eigentlich schon geplant hatten und uns schon geholt haben. Mal gucken, mal gucken. Wir schauen mal. Vielleicht mache ich auch was alleine. Mal gucken. Alles mal gucken. Ich habe auch wieder Haufen angezockt Sachen. Ich muss wieder Haufen Spiele abarbeiten. Vielleicht machen wir auch einfach einen angezockt Mix. Oder vielleicht, ich habe keine Ahnung. Ihr müsst euch überraschen lassen. Ich freue mich auf jeden Fall schon endlich wieder streamen zu können. Ich habe ja diese Woche Nachtschicht. Normalerweise wäre ich jetzt schon lange ein Stream am Start auf dem Kanal. Aber ich darf nicht. Und deswegen werde ich es die Woche dazu nutzen. Den Kanal auf Twitch, den Coop Deluxe Kanal. Den habe ich schon umgeschrieben auf Onkel TV. Ich werde es den Kanal noch so auffordern. Man bringt jetzt alles noch lila. Also im Coop Deluxe Stil für die, die sich wundern, wenn sie auf den Kanal kommen. Aber ja, ich hoffe, wir sehen uns da. Und ich hoffe natürlich für die, die aktiv hier auf YouTube waren, dass die genauso aktiv auch auf Twitch sind. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf euch. Ich freue mich, mich wieder mit euch zu unterhalten. Ich freue mich, wieder zu zocken. Und dann sehen wir uns spätestens am Wochenende auf Twitch unten in der Videobeschreibung. Draufklicken, follow und los geht's. Also denn, Schuhus.